Hallo, willkommen zu Crank. Heutiges Thema, die besten Tom Cruise Filme in 90 Sekunden. Mal sehen, ob ich es schaffe. Tom Cruise, geboren 1962, begann seine Filmkarriere mit einer kleinen Rolle als Billy in der Teenie-Romanze Endlose Liebe. Hat damals noch keinen interessiert. In Coppola's The Outsiders spielte er Steve Randall an der Seite von Patrick Swayze und Karate-Kid Ralph Macho. Das sorgte schon für ein bisschen mehr Eindruck. Und dann, 1986, nach ein paar billigen Komödien kam der Hammer. Top Gun, Maverick und Goose in der F-14 Tomcat und dieser endcoolen Mucke. Spürst du die Gier? Nach Tempo in mir. 1988 wollte jeder einen Cocktail, denn wenn er schüttelte, dann warst du gerührt. Für Rain Man, ebenfalls 1988, gab's vier Oscars, aber keinen für ihn. 1996 dann kam die Stunde von Ethan Hunt, der auch unmögliche Missionen erfolgreich absolvierte. Im gleichen Jahr kam er dann als Jerry Maguire und brüllte, FÜR MICH ZUM SHOTTER! 1999 gab es für Magnolia seine erste Oscar-Nominierung, bei der es aber auch blieb. 2002 löste er in Minority Report Kriminalfälle, die noch gar nicht geschehen sind. Als 2005 die Aliens in Krieg der Welten aus dem Boden kamen, da machte er diese zwar nicht platt, aber dafür den durchgeknallten Tim Robbins. 2008 drehte er in Berlin mit Operation Walküre als Klaus von Stauffenberg seinen bislang intensivsten Film über das Attentat auf Hitler. Mit Edge of Tomorrow kam 2014 ein sehr cooler Actioner in Kombination mit und täglich grüßt das Murmeltier. Aktuell kommt Tom Cruise in Die Mumie in die Kinos und für 2019 dürfen wir mit einer Fortsetzung von Top Gun rechnen. Das war Crank in 90 Sekunden oder so ähnlich.